Hey Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem heutigen Video habe ich immer kurz was zu sagen hier und zwar was ganz außergewöhnliches hier. Vielleicht bis zum Ende des Videos. Warum es vier Teilen, die ein Storz-Videos gab? Es gab wieder Probleme mit PCs und sonst nicht das andere Betriebssystem und so. Aber jetzt bin ich wieder zurück und mache wieder ein Storz-Videos. Ich habe schon mal das Storz-Videos alles auf privat gestellt. Ich muss noch die Beschreibung reinschreiben und so. Aber es ist okay. Und ich habe mir jetzt ein neues Profilbild geändert. Yay! Was hattest du vorher? Mal Mega 2 Mario als Bauarbeiter in meinem Profilbild. Jetzt habe ich wieder dieses Splatoon, äh Splatoon Profilbild genommen aus dem Nintendo Switch. Ja, aber das ist schon okay hier. Ähm, warum letztes kein Storz-Videos gab? Weil ich ein Virus habe. Kein Scheiß. Ich hatte letzt, ich glaube ich hatte letzte zwei Wochen einen Virusangriff auszusehen gemacht. Weil ich über irgendwann eine Crack-Version vom, äh, Apple Planeur Pro wollte. Und da war eigentlich ein dummer Fehler gelaufen. Ja, das war eigentlich ein dummer Fehler von mir. So eine Aktion werde ich nicht nochmal machen. So, ähm, zurück zur Sache. Bei letztes, also bei manchen Leuten, als sie vermisst haben, diese Videos und sonstiges ist es alles okay. Jetzt bin ich wieder da mit den Splatoon-Videos und sonstigen Sachen ist es alles okay. Okay. Ja, es wird bald noch ein 100 Abonnenten-Spezial-Video geben. Also es gibt erst einen Trailer zu diesen Videos, wie ich das mache und so. Also bleib erstmal dran. Ähm, bei manchen 100 Abonnenten-Spezial habe ich es noch nicht geplant. Weil ich muss noch überlegen, wann ich hier Schule habe oder so. Wann ich Ferien habe und so. Muss ich noch überlegen hier. Ja, ansonsten würde ich euch das Ganze, äh, noch weiter, weiter in Verbindung setzen. Es gibt die nächsten Infovideos, gibt es erst am nächsten Montag. Ansonsten ist es okay. Also und Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich, dass es euch gut geht. Bleibt gesund. Und, ja. Für weitere Sturz-Videos abonnieren. Ja, hier. Hier oben. Zu die Videos, klick hier. Und zu der Playlist, hier. Und noch die anderen Videos, geht's, äh, Was zeige ich da hin? Ansonsten Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal.